Die Jubiläumsfolge 30 Leute, ja, wir haben da ein komisches Rätsel. Wir müssen da irgendwie rüber. Brauchen aber da noch einen zweiten Stein. Schauen wir mal, ob es da unten irgendwie funktioniert. Nichts. Irgendwas. Ja, das kann ich mir auf jeden Fall holen. Das ist Hacksilber, schätze ich mal. Aber mehr schon nicht. So, sonst kann ich da eigentlich... Das ist so ein Hirsch mit Hammer. Das ist der Thor, der sich in einen Hirsch verwandelt hat, Leute. Da ist was. Schau da mal. Ah, da ist aber nichts Besonderes. Das ist nur Hacksilber. Oh, wie ist der denn da raufgekommen? Da, schau mal. Oh, Leute. Ähm. Was, Leute? Na, endlich. Wie ist der denn da raufgekommen? Das muss den Riesen wichtig gewesen sein. Offenbar prüfen sie uns. Ja. Eine gemeine Prüfung ist das, Leute. Versteht mich... Ja, das sieht gut aus. Ja, und jetzt? Stopp, stopp! Stopp! So, schaut mal. Ist das die Antwort? Freiheit. Klar, das passt. Da kommt doch... Klar. Frälzer. Na bitte. Oh, ich dachte eher an eine Brücke. Hm, deine Riesen wollen uns noch weiterbrüfen. Oh Gott. Nein! Die dunklen Höhlen durchqueren. Also da haben wir das jetzt geöffnet. Darüber können wir sowieso nicht. Aber Leute, bevor ich da... Bevor wir da mal reinmarschieren, gehe ich noch ganz kurz nach drüben. Weil irgendwie sollte da ja jetzt... Nö, doch... Ich weiß nicht. Irgendwie muss man das doch hinkriegen, dass wir das da aufkriegen. Ich habe keine Ahnung, wo wir da hinschießen müssen, damit das aufgeht. Äh, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Naja, gehen wir mal da weiter. Vielleicht kommen wir da ja noch irgendwann zurück oder so. Servus, Atreus. So, ähm... Jo. Soll ich den Kristall im Fackelhalter zum Leuchten bringen? Ja, dann mach das. Besser, oder? Ja, aber ich... Trotzdem irgendwie, äh... Bedenken. So, und jetzt? Wie kommen wir da rüber? Aua! Okay, dann müssen wir da durchschreiten. Diese Gänge sehen zu eng für Riesen aus. Warum lachst du? Oh, du meinst das ernst? Ich meine es immer ernst. Ganz vergessen. Mutter sagte immer, Geschichte interessiert dich nicht. Riesen sind wohl ein Volk, die Alben oder das Hildifel. Ja! Die müssen nicht groß sein. Nö, du schießt... Die Welfen schlatsch. Na gut. Mach Licht. In dem Fall heißt Riesig tatsächlich groß. Aber es gibt ja nur einen. Ich mach die kaputt, weil bevor die aufstehen... So, was haben wir... Oh mein Gott, was ist da jetzt? Ja! Schau da mal. Mach mal Licht, Atreus! Schauen wir mal da rauf. Schauen wir mal. mal Hacksilber wieder ordentlich. Eine Käste. Na bitte! Ich bin soweit. Ich bin soweit. Okay. Im Menü anzeigen. Macht mich aber in der Stärke schwächer und auch in der Vitalität schlechter. Schuppen am Schien in der Konzentration. Abwehr ist enorm besser. Abklingt leider auch, aber... Nö. Wenn ich so viel dann in der Stärke verliere. Nö. Nicht so meins. So! Ihr Lieben, dann haben wir das einmal. Mal Hacksilber holen oder doch nicht. Oder ist da Leben drin? Nö. Ich brauch Leben, Leute. So, da. Jetzt wird gekämpft, glaube ich. Weg mit dir, du Wiedergängerin. Fast. Ha, super. Ah, da sind ja noch welche. Diese komischen Augen. Aua. Fertig. Ja, Gegner erledigt. Haben wir da irgendwas vergessen? Ja, natürlich. Pestarium-Eintrag. Wiedergängerin. Beschwörungsdinger. Hm. Diese Art von Wiedergängerin. Beschwörerin kann Nachtmage heraufbeschwören. Das ist das gerade, was wir gerade gesehen haben. Die sind eh ganz einfach. Mit einem Schlag sind die kaputt. Ich mach da alles kaputt, weil ich aggressiv bin. Nö. Einfach so, weil es mir Spaß macht. Oh mein Gott. Nein! Schon wieder da mit Zeit. Über 2200 Hacksilber. Was haben wir da zum Beispiel? Da. Da. Und jetzt? Ich muss mal ganz kurz schauen. Da kann man raufsteigen, Leute. Ja. Ja, wir haben uns. So, sollten passen. Na bitte. Da steht wieder so ein komischer. Den muss ich zerstören, bevor er erwacht. Ach du Schande. Was ist denn da los? Da drüben ist eine Kiste. Da komme ich nicht ran. Aber wahrscheinlich, weil ich das dann noch nicht aufgeschossen habe. So, da haben wir das da. Jetzt muss ich da irgendwo die Kisten finden. Woher hast du das gewusst? Weil ich das sehe. So, da rauf einmal. Oh, eine Kiste, Leute. Was ist denn das für ein komischer? Ah ja, da ist das zum Öffnen. Okay. Da haben wir aber diese Zeichen nicht. So, mal da alles zerstören, Leute. Mit der Hoffnung, dass wir Leben kriegen. Servus. Was lässt du denn den Kopf hängen? Das ist doch nicht so tragisch. Bam. Leute. Servus. Ja, bevor du erwachst, haue ich dich zu Stein. Warte, wir haben kurz nicht weiter angerufen. So, dann machen wir weiter. Leider würde ich einmal sagen. Aber es ist so mystisch, das Ganze. Das ist wirklich... Oh mein Gott, Dick. Noch mehr Draugang? Was? Wo? Hä? Au! Au! Auf, go! Warte! Leute, was soll denn das? Und ich kriege nicht einmal irgendwelche Voreinkündigungen oder sowas. Und auch keine Heilkügelchen. Hey, da, schau doch mal. Kannst du das lesen, Atreus? Da brauchen wir einen Stein, Leute. Servus. Entschuldigung. Ich muss da auf jeden Fall einmal meine Frust auslassen. Es ist so. Ja, es wird eine kurze Session werden. Das ist in dieser Session jetzt halt. Die zweite Folge. Okay. Genau. Wow. Gut, da haben wir das einmal. Ich muss einmal kurz schauen. Ich muss das, muss ich auf jeden Fall einmal... Er weiß nicht, auf was ich das alles bringen muss. N haben wir da oben, oder? Nein, das ist ein ganz normales N. Aber das kriege ich ja nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll, Leute. Deshalb schaue ich einmal da weiter. Erwecken nichts. Erwache nichts zum Leben. So, mach Licht da mal, Atreus. Genau. Es werde Licht. Junge, noch ein Lichtkristall. Oh. Da, schaut einmal. So, dann können wir von da dort rüber uns einmal die Kiste holen. Auf hier. Hey, da mal Leben. Na, bitte. Ja, es geht langsam voran, aber... Es ist nicht einfach, hey. Eine Kiste, eine Truhe. Sieh dich hier bloß mal um. Es wirkt so... Tod. Ich wollte eigentlich alt sagen. Aber Tod passt auf. Ich habe keine Ahnung, wie es da jetzt weiter geht, Leute. Ich muss ehrlich gesagt... Wirklich schauen einmal ordentlich. Und tschüss. Bam. Warte mal kurz. Wow. Odins Raben getötet. Ah, Leute. Zwei von 15 Raben habe ich jetzt schon mal getötet. Von Odin. Odins Raben. Was ist da oben eigentlich? Da haben wir auch Licht. Da haben wir... Was haben wir da? Hacksilber? Da kommt lauter Hacksilber da runter. Ich hole mir das ganze Hacksilber da erst einmal. Weil da kriege ich ordentlich viel wieder. So. Passt. 2000 circa wieder dazu. So. Ihr Lieben. Ähm. Servus. Servus. Gut. Wie schaut es jetzt eigentlich aus mit dem da oben? Da komme ich da überhaupt irgendwie rauf? Was sieht der noch? Komme ich da irgendwie rauf oder? Nö. Das... Das... Ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt rankomme. Leute. Schauen wir mal weiter. Atreus, komm. So. Schauen wir mal. Zerstören wir alles. Leute. Schau. Da ist was. Oh. Hoch die Tassen. Becher gefunden. Leute. Ich habe einen Becher gefunden. Die Berggrissen waren so kreativ. Selbst diese Becher sind kleine Kunstwerke. Keiner ähnelt dem anderen. Und jeder ist etwas besonderes. Mal sehen, wie viele wir finden. Sie scheinen sehr selten und wertvoll zu sein. Ja. Keine Ahnung. Also da drin ist jetzt auch mal nichts. Andreas, mache Licht. Servus. So, der ist einmal hinüber. Ohne Lebensverlust, Leute. Und das schon wieder? Okay, das sind die schnellen Traugarde. Ähm, da haben wir auch jetzt nichts. Bestarium aktualisiert jetzt schon wieder. Traurige Doppelwaffe, okay? Genau. So. Und was haben wir da drüben? Äh, ganz schön viele Leichen. Ja, ich merks. Komm weiter. Leute. Sag mir, was du siehst. Na ja, die sehen wie Menschen aus. Nicht Riesen. Richtig. Die war auf der Schatzjagd. Siehst du die fallen? Oh ja. Zum Glück haben sie alle ausgelöst. Sei froh, dass die hier tot bleiben. Ah, Leute. Ich weiß schon, was ich... Ich habe einen Mist gebaut. Weil ich hätte da... Die Statue. Die sind drüben. Ja, da ist die Statue. Da müssen wir auch hin. Aber Leute, es tut mir wirklich leid. Also, die Folge ist jetzt nämlich vorbei. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Denn da schauen wir mal das Rätsel draußen. Also, mit den Öffnen und keine Ahnung was. Von der einen Riesentruhe. Wir brauchen wieder was. Ihr Lieben, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht's also gut. Game over. Euer Bulli. Ciao.